Ok, erste Runde ist Finale für heute. Es geht so, Fleischhautort heute ist es so gesehen. Und dieser Computer, der hat was gegen mich. Also er hat nichts gegen mich, aber das ist ein Futter. Das ist ein Lego. Der Computer ist genau neben mir da. Er ist ein Sweaty Boy. Er schafft den Jump natürlich. Wow. Wagen. Jump. Go. Ok, ok. Lass man sich auf diesen bekackten Jump schaffen. Komm, lass go. Was siehst du für Schwur? Scheiße. Jetzt kann ich ja spiel richtig. Ich spiel nicht. Besser du bist, du redest zu viel. Ich esse dich. Ich hoffe, ich bin vorne auf den D. Yes. Hacking. Und lass uns Spiele abschütten lassen. Wuhu. Ich der Beste bin. Wir bilden. Ich bin ein Gefühl. Eins Vielen Dank.